Der Z-Bong schließt einen Geschäftstag in der elektronischen Kasse ab und zeigt die wesentlichen Vorgänge aus der Kasse sozusagen komprimiert. Z kommt von Zero, von Null-Setzung. Das waren unsere bisherigen Kassen, die einen peripheren Speicher hatten und tagsüber alles gespeichert haben und dann am Abend nach Geschäftsschluss auf Null gesetzt wurden. Also über den Z-Bong sozusagen der Gesamtausdruck, die verdichteten Zahlen aus den Tagesvorgängen und mit dem Ziehen des Z-Bongs ist dann automatisch die Kasse auf Null gesetzt worden, sodass der peripheren Speicher wieder auf Null stand sozusagen für den nächsten Geschäftstag wieder vorbereitet. Sozusagen wie auf einer mit Kreide beschrifteten Tafel. Alles sauber gewischt, alles weg gewischt und jetzt starten wir mit dem nächsten Tag. Und deswegen hat der Z-Bong sozusagen eine zusammenfassende Funktion des Tagesgeschäfts, wobei wie gesagt Z nicht von zusammenfassen kommen, sondern von Zero, also der englischen Null. Und das Ganze geht zurück auf unsere erste Kassenrichtlinie vom 9.1.1996. Da war das BMF ganz fortschrittlich und wir hatten damals noch diese ganzen Kassenrollen mit den Druckerkassen, mit den zwei Drucklaufwerken. Und da war, da erinnern Sie sich bestimmt noch dran, waren einen Kassenrollenstreifen vollgetippt, eben mit den ganzen einzelnen Aufzeichnungen und der zweite Kassenrollenstreifen, der mitlief, der war weg, weil immer die ganzen Bongs dann da abgerissen wurden und den Kunden mitgegeben wurden, sodass eben diese Kassen mit den zwei Drucklaufwerken einmal eine Rolle beschrifteten, die dann für die Buchhaltung war und die andere Rolle wurde eben abgerissen. Das waren dann die Kassenzettel für die entsprechenden Kunden. Und das ist längst nicht mehr zulässig. Wir haben heute die elektronischen Kassen aufgrund der zweiten Kassenrichtlinie vom 26.11.2010. Aber darauf will ich momentan gar nicht eingehen, sondern ich will einfach das System erklären. Wir haben damals ganz modern in dieser ersten Kassenrichtlinie das BMF vom 9.1.1996 die Verfügung gehabt, diese Kassenrollenstreifen müssen wir nicht mehr aufheben. Ich erinnere mich noch an die ersten Betriebsprüfungen, da kamen dann die Steuerpflichtigen mit ganzen Kisten, mit den ganzen Rollen, die alle da aufgehoben waren und da waren dann, ich weiß nicht, 50 oder 100 Rollen in den Kartons und dann hat man die dann eben angucken können, wenn man das gewollt hat. Das BMF hat gesagt, wir sind viel moderner, wir brauchen nur noch den Z-Bong, also nur noch die verdichteten Zahlen vom Prinzip, das genügt uns. Und den Rest könnt ihr wegschmeißen. So weit, so schön, so gut. Das Supermoderne hat sich da leider nachteilig erwiesen, weil die Einzelaufzeichnungen waren dann weg und der verdichtete Z-Bong, der konnte ja möglicherweise Manipulationen beinhalten. Man hat ja gar nicht mehr gesehen, was hinten dran alles vielleicht storniert wurde, was alles verändert wurde. Und dann kam man sehr schnell auf die Idee, oh, wir sind da zu weit gegangen, nur den Z-Bong aufzuheben, genügt nicht. Dann hat man dann nachgeschoben, was der Z-Bong alles beinhalten soll, nämlich neben dem Namen des Unternehmens, also der Gaststätte wegen mir, die Gesamtumsätze. Dann wollte man eine Aufteilung, wie bezahlt wurde, also was wurde bar bezahlt, was wurde per Karte bezahlt. Dann wollte man die Stornos ausgewiesen haben, dann wollte man wissen, ob Trainingskellner eingerichtet war und wie viele Umsätze auf den Trainingskellner gelaufen sind. Das heißt, man wollte immer mehr Informationen auf dem Z-Bong dann drauf haben, um eben zu sehen, ist der manipuliert oder nicht. Und der Z-Bong, der schon keine Stornos hatte, der war schon verräterisch, weil man natürlich Angst hatte, die paar normalen Stornos, die waren völlig uninteressant. Wichtig waren aber, ob Nachtstornos, also diese heimlichen, illegalen Stornos, dann nachts gelaufen sind. Und wenn der Gastwirt eben die Kasse so hat programmieren lassen, dass generell keine Stornos aufgezeichnet wurden, dann sind die paar Stornos tagsüber natürlich nicht aufgezeichnet worden, aber auch seine heimlichen Nachtstornos nicht. Oder die andere Alternative, den Trainingskellner. Man lässt einfach einen Trainingskellner den ganzen Tag über mitlaufen. Der Trainingskellner geht nicht auf die Gesamtumsätze, weil der soll ja nur trainieren. Aber der würde normalerweise nur eine halbe Stunde vielleicht trainieren, damit er sich mit der Kasse auskennt. Und der würde das vor allen Dingen außerhalb der Geschäftszeiten machen. Der Trainingskellner, der den ganzen Tag im ganz normalen Geschäft mitläuft und in den üblichen Abständen eben bucht, das ist kein Trainingskellner, sondern der macht seine ganz normalen Umsätze. Nur die laufen eben nicht auf die steuerliche Gesamterfassung. Und deswegen wollte man dann auch den Trainingskellner ausgewiesen haben in dem Z-Bong, sodass also man diese Fehler, die man in der ersten Kassenrichtlinie vom 9.1.1996 sozusagen zu modern, zu großzügig, zu fortschrittlich gemacht hatte, wieder revidieren wollte und dann eigentlich dann doch die Einzelaufzeichnung wiederhaben wollte. Das, wie gesagt, ist in der zweiten Kassenrichtlinie vom 26.11.2010 korrigiert worden, indem man dann gesagt hat, alles muss festgeschrieben sein, die Kassen müssen fiskalisiert sein. Das heißt, es kann nichts mehr gelöscht werden. Und dann wollte man diesen ursprünglichen Fehler berichtigen. Den Z-Bong gibt es natürlich heute nach wie vor. Er hat nicht mehr diese Funktion, dass danach die Kasse auf Null gestellt wird, aber er hat natürlich die Funktion, dass der Tagesablauf nochmal zusammengefasst wird und dargestellt wird. Das heißt, heute haben wir aufgrund der Festschreibungsverpflichtungen der Kassen natürlich keine Löschungen, wenn der Z-Bong gezogen wird, sondern es ist alles nach wie vor vorhanden. Aber der Z-Bong weiß trotzdem die maßgebenden Kennzeichen oder Kennzahlen des Tages eben aus. Eben, was ist da für ein Gesamtumsatz, wie viel Stornos, wie ist die Aufteilung der Bar-Umsätze im Verhältnis zu den Kartenumsätzen, ist ein Trainingskellner eingesetzt worden, sodass man hier eben sehen kann, was denn hier sonst noch so alles passiert ist. Und dieser Z-Bong ist natürlich maßgebend für die steuerliche Verbuchung. Das heißt, der wandert zum Steuerberater, entweder elektronisch oder wird dann eben ausgedruckt und dem Steuerberater übergeben in der Buchhaltung und wird dann eben erfasst, entweder zusammengefasst als Monatserlöse oder eben für jeden Tag einzeln erfasst. Und damit habe ich die Tageslosungen aus dem Betrieb korrekt erfasst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017